Herzlich Willkommen Leute, heute das große Video, wie kann man mich unterstützen? Ich werde euch heute alle Wege zeigen, wie man mich unterstützen kann. Ich wurde schon mehrmals in den Kommentaren gefragt, ja, ich gucke jetzt dein Video, ich like deine Videos, ich schreibe Kommentare, wie kann ich dich weiter unterstützen? Und ich habe mir gedacht, ich schreibe meinen kompletten Guide, wirklich jeden Schritt, den es gibt, wie man mich unterstützen kann. Ich hoffe, ich habe da alle Schritte aufgezählt, aber auf jeden Fall wirklich hier da in der Liste, die ich euch gleich zeige, könnt ihr wirklich alles sehen, wie man mich unterstützen kann, ja, jeden möglichen Weg einfach nur. Und das halt für die Leute, die wirklich, ja, wirklich helfen wollen, sich wirklich dafür bedanken wollen, dass ich ihnen geholfen habe oder aus was für Gründen auch immer. Sie wollen den Veganismus schnell vorantreiben und immer, wenn du mich unterstützt, unterstützt du natürlich den Veganismus, weil wenn ich größer werde, erreiche ich mehr Menschen und dann kommen alle Menschen zum Veganismus und von daher, ja, ich mache jeden Tag irgendeinen Menschen zum Veganer, ich kriege jeden Tag eine Nachricht, du hast mich vegan gemacht, ja, ich lade die immer hoch. Natürlich verpasse ich auch manche und die allermeisten Menschen, glaube ich, sagen es mir gar nicht, ne, halt die Schwarzzahl ist ganz hochbestimmt, aber ich kriege ja nur das mit, was Leute mir schreiben, okay, von daher, ja, wer mich da unterstützt, natürlich unterstützt den Veganismus, von daher wollte ich hier wirklich mal einfach alle Schritte zeigen, wie ihr mich unterstützen könnt, auf allen Wegen, die nur möglich sind. Also fangen wir einfach mal an, ich springe mal hier in den Guide rein und zwar sieht der so aus. Wie kann man meine Arbeit unterstützen? Fangen wir mal an mit Twitter. Twitter ist so das inaktivste von mir, da mache ich nicht viel, da poste ich einfach nur Videos. Ich war mal auch aktiv auf Twitter, aber aktuell nicht mehr, ich teile da nur immer mein neuestes Video, was ich hochlade. Was ihr dort machen könnt, wenn ihr auf Twitter aktiv seid, ihr könnt natürlich meinen Post liken, den ich poste, ihr könnt meinen Post retweeten, ihr könnt ihn kommentieren, ihr könnt mich erwähnen, wenn ihr irgendwie irgendeinen Tweet schreibt, schreibt ihr mit AddLichtBlick, dann macht ihr halt Leute darauf aufmerksam und die sehen halt, ihr erwähnt jemanden und dann kann er draufklicken und findet mich vielleicht. Was ihr natürlich machen könnt, was die meiste Hilfe wäre, wäre wahrscheinlich meinen Kanal in eurer Bio verlinken. Okay? Da gibt es ja so eine kleine Bio, da kann man auch so einen Webseitenlink einfügen, da könnt ihr einfach meinen YouTube-Kanal einfügen. Ich kann euch hier den Link einfach reinstellen, die Videobeschreibung, auch für die nächsten Punkte gleich, ich werde euch ja auf jeden Fall von meinem Kanal den richtigen Link reinstellen, den ihr überall teilen könnt. Halt meinen Kanal-Link, Kanalübersicht am besten. Und gehen wir weiter dann Instagram natürlich, wer Instagram hat, kann mich auch unterstützen und zwar auf folgenden Wegen, ihr könnt meine Seite liken natürlich, ihr könnt mich erwähnen, wenn ihr in euren Posts AddLichtBlickVegan rein schreibt und ihr könnt mich als Person hinzufügen, da gibt es ja dann immer so eine Schallfläche, eine Person hinzufügen, ihr wisst das besser als ich, ich kenne mich mit Instagram überhaupt nicht aus, ich poste da nur ab und zu ein Bild und ich lese da auch keine DMs und so, das habe ich ja schon ganz oft erzählt, weil man die auf dem Handy nur beantworten kann und ich mache das alles nicht auf dem Handy, von daher, ja, Personen hinzufügen, genau, könnt ihr mich hinzufügen, ihr könnt mich malen, eine Zuschauerin hat mich ja gemalt, ich habe sie auf ein T-Shirt drucken lassen, ziemlich, ziemlich coole Sache und auf jeden Fall, ja, fällt mir gerade ein, das könnte ich einfach mal zeigen aus Respekt, aber ihr kennt das Bild wahrscheinlich schon, das sieht dann so aus, zack, was wollte ich jetzt gemacht haben, so, ne, ich bin ja auch auf dem Shirt, hier steht auch drauf, wer das gezeichnet hat natürlich, jeder, der irgendein Bild macht für Amazon zum Beispiel, für ein T-Shirt, der wird natürlich hier erwähnt, du stehst dann auf Amazon tatsächlich in der Videobeschreibung vom T-Shirt, ist auch ganz cool, denke ich und auf jeden Fall, ja, das finde ich einfach super genial, wenn man sowas natürlich auch macht und das ist ganz, ganz toll und das ist natürlich dann auch megamäßig Werbung für mich und auf jeden Fall gehen wir weiter, du kannst ein Herz geben auf meine Bilder, die ich poste, ganz klar, je mehr Herstchen die haben, umso höher werden die in der Suche auftauchen für die entsprechenden Hashtags, du kannst meine Bilder kommentieren und du kannst meinen Kanal in deiner Bio verlinken, das ist wohl, das bringt auf Instagram wohl das Allermeiste und das sieht dann so aus, hier ist zum Beispiel so ein Account, der perfekt dafür, der das perfekt gemacht hat und so sieht dann mein Kanallink aus, kommen Leute halt auf ihren Instagram Account und finden meinen Kanal, so könnt ihr einfach, ne, in der Bio einfügen, nur ihr müsst das, den Link da einfügen, wo steht Webseite, nicht einfach so in den Text einfügen, weil dann ist er nicht klickbar, jetzt ist er klickbar, seht ihr, ich kann da draufklicken, das müsst ihr als Webseite, könnt ihr meinen Kanal als Webseite benutzen, ne, ist ganz klar, ist ja nur vorteilhaft für alle, das ist übrigens so und so einer der besten Instagram Kanäle, mal so nebenbei und auf jeden Fall geht es dann weiter mit Facebook, auf Facebook, hier wird es auch ganz interessant mit YouTube, ja, dann viele Sachen, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, so Insider-Sachen von YouTube, wie man ein Video richtig guckt und auf jeden Fall wird es ganz interessant. Bei Facebook erstmal, ihr könnt da natürlich meine Facebook-Fanpage liken, ihr könnt meine Posts liken, kommentieren und teilen, ja, ganz wichtig, auf Teilen drücken, ihr wisst, bei Facebook bin ich ziemlich am Brennen, da geht es ziemlich rund, also ich habe da manche Bilder, die wurden 100 Mal geteilt, 200, 300, 400 Mal geteilt, also da geht manchmal wirklich richtig die Post ab und auf jeden Fall könnt ihr mit dabei sein und je mehr ihr teilt, kommentiert, umso mehr wird das geteilt und umso mehr sieht das, das sind immer Bilder über Veganismus natürlich, ich pushe da immer den Veganismus, immer für diese gute Sache kämpfen, ne, absolut immer und auf jeden Fall könnt ihr dann noch meine YouTube-Seite teilen, ich habe da, wenn ihr auf mein Facebook geht, ist da angepinnt, der erste Post ist mein YouTube-Kanal, das könnt ihr teilen, haben auch schon ganz viele Leute gemacht und ja, dann kommen wir zu YouTube und diese Sachen kennen manche von euch höchstwahrscheinlich nicht, ich denke, einige Punkte kennt ihr überhaupt niemand, ja, weil das absolute Insider-Sachen sind, aber fangen wir einfach mal an, wenn ihr, wie guckt man ein YouTube-Video von mir richtig, ja, um mich maximal zu unterstützen, um dafür zu sorgen, dass das Video so oft wie möglich promotet wird und halt das Maximale da rauskriegen. Wir fangen an natürlich, kein Werbeblocker benutzen, ist ganz klar, wenn du die Werbung blockst, dann, ne, YouTuber werden dafür bezahlt von YouTube, dafür, dass Werbung abgespielt wird, wenn Werbeblocker benutzt wird, kriegt die Person gar nichts, du kriegst ja nichts für Klicks, sondern du kriegst nur was für Werbung, Werbeeinblendungen, von daher kein Werbeblocker benutzen, ist natürlich anzuraten. Und dann Video vollständig angucken, ja, das ist auch relativ klar eigentlich, das, das wichtigste überhaupt ist eigentlich, das sind die Metrics, das heißt, wie lange eine der Metrics ist, dass du, ähm, das Video komplett guckst, nicht nur in die Hälfte und dann wegklickst, verstehst du, dann hat man ja nur 50% Watchtime, Watchtime ist, ähm, alles einfach, ja, das wichtigste für YouTube, weil YouTube daran sieht, wie lange gucken die Zuschauer das Video. Und YouTube ist so natürlich gemacht, dass YouTube maximal viel Geld verdienen will, okay, deswegen, je länger man ein Video guckt, umso mehr sieht YouTube, okay, Menschen sind wirklich an dem Video interessiert, die gucken sehr viel von dem Video, deswegen bieten wir dieses Video mehr Menschen an, okay, weil man wirklich sieht, die Menschen sind tatsächlich interessiert und die gucken nicht nur 10%, sondern irgendwie 90%, ja, das ist ein Mega-Signal, für YouTube und auf jeden Fall, dann der nächste Punkt, das ist so eine ganz interessante Sache, YouTube weiß, was du tust, YouTube weiß ganz genau, was du anguckst und wenn du zum Beispiel auf mein Video klickst und du scrollst dann direkt runter, dann ist das schlecht für das Video, weil YouTube weiß, was du siehst, okay, wenn du irgendwo hinklickst, irgendwo, ne, irgendwo nicht hinklickst, sondern wegscrollst und das Bild läuft irgendwo oben, das man nicht mehr sehen kann, zum Beispiel, du guckst in die Kommentare oder sowas, dann ist das tatsächlich schlecht für das Video, weil YouTube merkt, du guckst das Video nicht, okay, und auch, du musst das mit Ton gucken, ansonsten merkt YouTube, dass du den Ton aus hast, also lässt es einfach so Videos durchlaufen, das merkt YouTube tatsächlich alles, der weiß, ja, der Algorithmus oder was auch immer da ist, weiß, was du tust, deswegen, wenn man ein Video anklickt, sollte man das wirklich genauso gucken, wie es dir angezeigt wird, ja, und nicht irgendwo hinscrollen, weil du dann das Video nicht mehr aktiv guckst und mit Ton gucken auf jeden Fall und halt einfach, du sollst das Video einfach richtig gucken tatsächlich und danach, wenn du das gemacht hast, dann sollte man einen Daumen hoch geben und was noch sehr gut für das Video ist, für das Video Ranking ist, wenn man das Video nochmal guckt, das ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Begriff bei YouTube Insidern war, da gibt es halt so Insider Begriffe, ne, in der Szene, nicht offiziell, sondern Insider und auf jeden Fall, dann gibt es dann so einen Begriff, wenn eine Person zum Beispiel ein Video guckt und dann zurückspult und irgendeine Stelle nochmal guckt, dann ist das sehr, sehr gut fürs Video, weil das YouTube merkt, ne, der guckt das schon mehrmals, mehr als einmal, das heißt, das ist mega relevant für die Person, vielleicht sollte ich es mehr Menschen anbieten und deswegen ist das auch sehr gut für das Video. Jetzt noch eine Sache, keinen neuen Tab öffnen beim Video gucken, weil YouTube weiß, was du tust, wenn du ein Video anklickst von mir und direkt einen Link anklickst oder einen Tab öffnest oben, ne, weil du irgendwas anderes machen willst, dann weiß YouTube das, das nennt man, das ist auch offiziell bekannt, das heißt Session End Penalty, deswegen lasse ich auch keine Links zu unter meinen, äh, in meinen Kommentaren, weil ich dafür eine Session End Penalty bekomme, das heißt, YouTube merkt, okay, die Person wird von der Seite geleitet, ne, und YouTube will Geld verdienen und wenn jemand von der Seite leitet, dann krieg ich als Ersteller des Videos eine Session End Penalty, das heißt, eine Strafe, das Video wird runtergerankt, anstatt hochgerankt, okay, deswegen, ne, kein Tab öffnen, weil YouTube weiß, ob du einen Tab öffnest und, äh, auch nicht runterscrollen und nix, ja, Lautstärke sollte an sein, wenn du irgendwie Schwierigkeiten hast mit dem Gehör oder sowas, dann Untertitel anmachen und wirklich aktiv das Video wirklich gucken, von der ersten bis zur letzten Sekunde und nicht irgendwas darum machen, okay, deswegen sage ich auch immer, ne, ich mag das auch überhaupt nicht, wenn man einen Kommentar schreibt, bevor man das Video gesehen hat, ne, und dann denke ich so, ja, das habe ich, darüber habe ich ein Video gesprochen, du hast das Video nicht geguckt und dann, ja, am Ende des Videos schreibt die Person dann, ah ja, stimmt, hast ja, du hast ja darüber gesprochen, ja, oh well, vielleicht erst mal das Video komplett gucken und dann ein Kommentar schreiben, man sollte nicht mal runterscrollen, okay, erst mal das Video gucken, das ist ganz wichtig, ne, keinen neuen Tab öffnen, du leitest von YouTube weg und das ist immer ganz schlecht für den, äh, Videoersteller, dann natürlich Kommentare schreiben, je mehr Kommentare du schreibst, desto besser, ich habe sehr aktive, äh, Kommentarschreiber, natürlich die Elke und die Betty und auf jeden Fall, ja, willst du, ja, je mehr Kommentare da sind, desto besser einfach und, äh, da machen sich einige Zuschauer natürlich schon, geben sich sehr, sehr viel Mühe und schreiben sehr, 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 sehr viel Kommentare, was natürlich super gut finde. Und auf jeden Fall, Video am Ende durch den Teilen-Button teilen, nicht als Link, geht nicht oben, Link markieren und dann kopieren, ja, Copy-Paste und dann irgendwie bei euch auf Facebook, geht immer durch den Teilen-Button, weil das gibt YouTube ein Signal, den Link kopieren oben in der Lesezeichenleiste oder in der, in der, oben, ich weiß gar nicht, wie der Bereich da heißt, auf jeden Fall oben kopieren, ist nicht gut, immer auf den Teilen-Button klicken, okay, und dadurch teilen, weil das ist dann ein Signal für YouTube, okay, das ist ein Signal für das Video, genau so wie ein Kommentar ein Signal ist, genauso wie ein Like ein Signal ist, ja, das heißt Interaktion, je mehr Interaktion, umso besser für das Video. Und dann natürlich meinen YouTube-Kanal auf eurem YouTube-Kanal verlinken, ist egal, ob ihr, ob ihr YouTuber seid oder nicht, ich kann euch das mal zeigen, wie das aussieht, und zwar, hier habe ich einmal das im Video erklärt, wie das geht, kennt ihr vielleicht das Video noch, werde ich euch unten verlinken, und wenn man alles richtig macht, dann sieht das so aus, und zwar hat das die Steffi perfekt richtig gemacht, sie hat mich verlinkt, und zwar taucht man dann zweimal auf, einmal hier oben und einmal groß, ja, also man sollte zweimal verlinken, ist am besten, denn jede Person, der auf ihren Kanal kommt, sieht direkt, okay, sie bietet das an, hier, oh, was ist das, interessant, gucke ich mir mal an, ne, und dann leitet sie auf jeden Fall auf meinen Kanal, und auf jeden Fall, das ist ja auch eine mega wichtige und gute Sache, könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr YouTuber seid oder sowas, ne, ich verlinke ja auch allerlei Kanäle auf meinem YouTube-Kanal, und dann die nächsten Sachen, genau, das sind so die letzten Sachen, dann natürlich Paypal, ist ganz klar, Patreon habe ich auch immer noch, das wird abgeschafft, wenn der letzte Punkt eintritt, dazu kommen wir gleich, und da bin ich halt nicht mehr aktiv, aber da sind immer noch ein paar Leute, und denen bin ich natürlich auch sehr dankbar, dass sie da sind, dann Teespring, wenn man Pullover bestellen will, kann man mich auch unterstützen, Amazon Shop, das ist mega wichtig für mich, das ist so eine große Sache, denke ich, die mir mega wichtig ist, dass da wirklich Leute, ja, sich vielleicht irgendwas holen, um den Veganismus zu pushen, erstens, damit läufst du ja rum, Menschen sehen das, und auf jeden Fall hilfst du mir dabei, ungemein, ja, und von daher sehr, sehr wichtig, deswegen auch dick geschrieben, und ganz wichtig für alle, die ein Shirt gekauft haben, die, ich habe die Shirts alle gelöscht, neu hochgeladen, und die ganzen Bewertungen wurden leider auch gelöscht, deswegen, falls ihr eine Bewertung abgegeben habt, bitte nochmal abgeben, ja, bitte, bitte, ich liebe euch für immer dafür, meine Amazon Links benutzen, als Lesezeichen einfügen, wisst ihr auch wahrscheinlich, anstatt immer, wenn ihr irgendwas bestellen wollt, bei Amazon oder sowas, auf meinen Kanal gehen zu müssen, auf mein Video, Videobeschreibung aufklappen, dann auf einen Amazon Link klicken, alles viel zu umständlich, klick einfach einmal auf so einen Link von mir, und mach den als Lesezeichen, dann gehst du immer als Lesezeichen, ich habe sogar bei mir, ich habe zwar, ich kaufe nicht für meinen eigenen Links, weil man das nicht darf, ich habe Amazon als Lesezeichenleiste, in der Lesezeichenleiste ein kleines Symbol, ja, das ist ein Klick und ich bin auf Amazon, ja, so könnt ihr es mit meinem Link machen, und das wäre auch mega sinnvoll, dann Kryptowährungen, habe ich auch eine Kryptowährungs-Bitcoin-Adresse, wie man auch immer das nennt, eingefügt, und ja, darüber kann man dann auch irgendwas schicken, Bitcoins und diese ganzen anderen Sachen, und auf jeden Fall, dann die nächsten Sachen, die sehr interessant sind, ist natürlich ein Video über mich drehen, würde ich mich auch natürlich megamäßig freuen, die Bettina zum Beispiel, die hat ein Video über mich gedreht an meinem Geburtstag, war super nice, ja, das finde ich einfach klasse, dann hat auch auf Facebook einer mir herzlichen Glückwunsch vorgesungen, habe ich auch an meiner Seite geteilt, war auch super cool, das ist natürlich auch eine super coole Sache, die man machen kann, würde ich mich mega freuen, dann einen Blog-Eintrag über mich schreiben, viele Leute haben Blogs, ja, schreib einfach einen Blog-Eintrag über mich, wäre auch super nice, meine Videos in deiner Webseite einbetten, das bringt auch wohl ziemlich, ziemlich viel, machen auch schon einige, und darüber würde ich mich natürlich auch megamäßig freuen, wenn du meine Videos in deine Seite einbettest, ist halt, ne, allen geholfen, Menschen kommen auf deine Seite und finden über dich, auf den Veganismus und auf meine Videos, und das ist einfach, ja, super genial. Mondpropaganda ist natürlich auch ganz wichtig, ja, darüber reden, hey, ich habe ein Video gesehen von Lichtblick, bla bla, ne, dass du darüber redest, dann kommt man ins Gespräch und Leute fragen, wer ist denn das, und verstehst du, dann der nächste Punkt ist ein veganes Oberteil tragen, kann ich euch auch kurz mal zeigen, das sieht dann so aus, ja, es ist immer die Steffi, weil, nicht, nicht extra, die macht einfach alles richtig, wie ihr gesehen habt, ne, sie macht einfach alles richtig, deswegen ist sie immer hier auf den, auf den Beispielen zu sehen, auf jeden Fall hier zum Beispiel sowas hier, mein Team Lichtblick-T-Shirt gibt es bei mir im Amazon-Shop, ganz wichtig, nicht auf Patreon, nicht auf Teespring, sondern in meinem Amazon-Shop, auf jeden Fall hat sie das gekauft, hat sie es angezogen und ist zu Freunden gegangen, die Freunde haben die darauf angesprochen und so ist sie ins Gespräch gekommen, ja, über mich, die Steffi ist einfach, ja, mega genial, bin ich so mega dankbar dafür und das ist einfach, ne, super, super nice, einfach voll die geile Idee, ne, du ziehst das an, kurz bevor du zu deinen Freunden gehst und dann fragen dich, hey, wer ist das Team Lichtblick, wer ist Lichtblick und dann erzählt man dem darüber und natürlich, ja, und dann der allerletzte Schritt, mein großes Ziel überhaupt hier, mein großer, großes Ziel hier auf diesem Kanal ist, endlich die Kanalmitgliedschaft zu kriegen, ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was das ist, man hat ab einer bestimmten Abozahl, die wurde von 100.000 Abonnenten auf 30.000 mittlerweile gesenkt, ja, kann man zu Kanälen subscriben, ihr kennt das vielleicht von Twitch für 4,99, ne, dass YouTube das noch nicht eingeführt hat, hat für alle YouTuber, ist einfach für mich so unbegreiflich, die können so ein unfassbares Geld damit machen, aber die haben es wirklich immer noch nicht eingeführt, bei Twitch hast du ja schon Bits und sowas, und da kannst du solche kleine Diamanten donaten ins Video rein oder in den Stream rein und die verdienen einfach so unfassbar Kohle damit und YouTube ist immer noch dabei, Kanalmitgliedschaften einzuführen, das ist einfach nur absolut unfassbar, wie die das immer noch nicht eingeführt haben und das wird natürlich das nächste große Ding für mich und das wird halt der größte Support für mich, den man überhaupt machen kann, da kannst du halt ein Teil des Kanals werden, du kannst eine Mitgliedschaft, äh, ja, abschließen, wie bei Twitch halt für 4,99 wird das sein, ich krieg da einen großen Anteil, viel mehr als bei Twitch sogar und YouTube nimmt sich da den, so einen kleinen Teil, ich krieg das allermeiste davon und auf jeden Fall kriegst du dann Extras dafür, ne, du kriegst da meine volle Aufmerksamkeit, du kriegst ein Symbol neben deinem Kanalnamen, super veganer Symbol, das wird einfach nur mega genial und, äh, ja, darauf arbeite ich auf jeden Fall hin, nur ich bin zu klein, tatsächlich zu klein, um diese Funktion zu kriegen und von daher, äh, ja, freue ich mich unglaublich, wenn ich das endlich habe und wenn das eingeführt wird, wenn ich das, äh, auf meinem Kanal freischalten kann, werde ich Patreon rausnehmen, ups, ihr seht ja die Grafik gar nicht mehr, werde ich Patreon rausnehmen, weil das ist dann ja ganz genau dasselbe, ne, und auf jeden Fall, Leute, das waren so alle Punkte, die ich euch hier nennen kann, hier bei YouTube, denke ich, ganz interessant, was man hier alles machen kann und, ähm, ja, das sind alle Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt, mir fällt nichts anderes mehr ein, ja, das ist, glaube ich, komplett alles, alle Wege, äh, wo ihr mich supporten könnt und auf jeden Fall hoffe ich, das hat einigen von euch geholfen, vor allem den Leuten, die wirklich mir helfen, so wie die Steffi, auf allen Wegen, die nur möglich sind, ja, T-Shirt tragen und auf Kanal verlinken und auf Instagram verlinken und so, man merkt halt, sie will wirklich, dass Leute auf meinem Kanal finden, sie will wirklich, weil ich ihr halt geholfen habe, ne, unheimlich geholfen habe, auch mit ihrer Gesundheit und alles und auf jeden Fall, ne, wenn Leute wirklich mir helfen wollen, ihr habt hier Möglichkeiten ohne Ende, ja, mir zu helfen, ohne Ende, von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, das waren alle meine Tipps und guckt ein weiteres Video, Peace!